Der südamerikanische Subkontinent besteht aus zwölf unabhängigen Staaten. Kolumbien, Venezuela, Guyana, Surinam, französisch Guayana gehört politisch nicht dazu, es ist eine vollwertige Region Frankreichs, Ecuador, Peru, Bolivien, Brasilien, Paraguay, Chile, Argentinien und Uruguay. Sao Paulo in Brasilien ist mit rund 20 Millionen Einwohnern die größte Metropolregion Südamerikas. Neben Sao Paulo gehören die Hauptstädte Bogotá in Kolumbien, Lima in Peru, Santiago de Chile und Buenos Aires in Argentinien zu den größten Städten Südamerikas. Brasilien ist das größte Land Südamerikas. Brasilia ist seine Hauptstadt. Und in Rio de Janeiro steht das berühmteste Wahrzeichen Brasiliens und Südamerikas, die Christusstatue, hoch über der Copacabana, dem Stadtstrand von Rio. Aussing und Zhongla Messiah. Lovationsychiat MAŽ